Hallo und Willkommen zu Let's Play Together Dead Island. Ich werde das Spiel mit meinem Bruder und meiner Schwester zocken und einem langjährigen Kumpel aus der Schweiz. Leider kommen wir nicht immer zur gleichen Zeit zum Spielen wegen verschiedenen Arbeitszeiten. Aber wir versuchen, dass wir mindestens immer zu zweit oder zu dritt unterwegs sind. Und wir fangen hier leider nicht von Anfang an. Wir haben schon ein paar Stunden miteinander gespielt. Also von Anfang an werde ich es hier nicht zeigen können. Wir sind aber nicht allzu weit, also denke ich, dass es nicht so schlimm ist. Wir fangen jetzt einfach an, weil meine Grafikkarte da vorne noch nicht da war und ich nicht aufnehmen habe können. So und ich wünsche euch einfach mal viel Spaß damit. Das ist so geil. So läsig. Benni, komm gleich. Kommst du gleich? Nice job Max. We are safe now thanks to you. But we won't make it long without food. What? Help don't come soon, we have to head to town. Meantime, maybe you can see if anybody needs help. Und du synchronisieren. Ich würde das gerne. Kuchenkästchen. Kuchenkästchen. Das heisst Kuchenkästchen. Ah ja, Kuchenkästchen. 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 Dani, mit dir habe ich auch oft genug geübt. Du solltest das wirklich langsam können. Ja, aber ich habe nur stöhnen gelernt. Ja gut, das gehört auch dazu. Ah ja. Ich kann gleich so gut, so le... So läsig, so geil. Ja. 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 Ja, Benni, komm, ja. Ja, Dani, komm, ja. Sprech mal in irgendeiner Nacht. Jetzt seid ihr noch gar nicht da, oder? Ja, warte, wir kommen gleich. Ich werde es gleich öffnen, klar. Einer von uns beiden kommt gleich. Ich muss schauen, wer es wenig aushaltet. Warte mal, Telefon. Hä? Telefonseelsorge. Was habe ich abgeschlossen? Ja. Ah. Nice job, mates. Hoi. Weischt jetzt, danke dir. Ja. Weisst du nicht? Aha. Ja. Oh. Nein. Ja, was sagst du mal noch? Nein, schau mal, schau mal, schau mal. Ja. Ja, sag mal was. Ja. 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 Okay, ciao. Nein. Ja, ciao. Ja. Ja. So, Benni, jetzt können wir weitermachen. Ja. Kannst du weiter stehen? Ja. 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 Ich gebe Schmerz dafür jetzt. Ja. 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 Genau gleich wie die Lux bei den Uncheapers. Ja. Ja. Wir haben einfach das Spielscherze komprimiert. Ja. 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 Was soll das Scheiß? Ja, aber sie sind schon zu mir gekommen. Nein. Komm zu mir. Zwei gegen eins. Nein. Ich habe jetzt gerade schön meine Sachen gesammelt. Jetzt für... Jetzt kommt es zu mir. Ich habe euch beiden Einladungen gestellt. Ja, aber keine Einladung genug. Doch. Jetzt habe ich sie. Eben. Komm zu mir. Okay. Ich habe jetzt nicht für nichts hier alle Mülleimer und so gelernt. Ich habe jetzt noch Hunger. Wo ist es? Ich habe jetzt alle Mülleimer gelernt, weil ich Hunger hatte. Ah. Ah. Servus. Hallo. Hallo, ihr Juni. Warte mal, machen wir Skype aus, ha? Ja. Scheiß in-Game-Chat hier. Ja. 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 Darf ich mich kurz fragen? Ja. Wir passen jetzt einig, wenn es keine habt. Vi holen euch. Was? Ich kann ja auch einig, wenn es keine habt und es ausschalten. Ich will den Kindeser. Ah, dann ist es gut. Hört sie mir gut? Ja! Hört sie mir gut? Nein. Nicht da? Wollen wir nicht. Halt die Gäste. Ich meine, wir machen das langsam. Wo ist das hin? Schleich dich, du Negerschlapp! Aber die Vs in die Kolonisation hätten es schon anmachen können. Das schaut furchtbar aus. Wie auf der Konsole? Ich habe jetzt hier... Schön. Genau, eins, zwei, drei, sechs. Abgewirkt. Das ist alles, was da war? Oh, blöde hell, das wird nicht tun. Wir müssen die Gäste gegen die Gäste. Ja, das ist ein Humor. Geh ihm jetzt mal auch wieder. Zum seinen Mann. Hast du was abgegeben, Dani? Was? Hast du was abgegeben? Ja. Ja, weil ich den Level abwarten. Ja, habe ich. Witte! Ist gut, gell? Was? Oh, was gibt's da? Ein Baseballschläger. Dani? Ja? Wir bringen die Ausdauerkosten und Schaas in Waff. Das heißt, die Dingleiste mit... Sprout Renniger von der Leiste bei mir. Ihr hört, ich hatte ein bisschen Scheiße bei mir. Ausdauer. Ja? Wir bringen die Ausdauerkosten und Schaas in Waff. Das ist das Kostentrennige von der Leiste bei mir. Ja? Ja? Tankstellen müssen wir jetzt suchen. Mhm. Wo ist denn eine Tankstelle? Das ist ein Wicom-Best-Vorschläger. Ah, da oben? Ist das jetzt die Hauptmission? Ja. Ja! 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 Das ist gut, das ist echt gut. Wo haben wir denn Auti? Was heißt Auto auf Schweizerisch? Ja, 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 ja. Ich muss das da oben erstmal noch... ... die Belohnung holen. Heißt Auto auf Schweizerisch, brumm brumm? Nee, das ist jetzt eine Ding, die von der Gegend herkommt. Das ist von der Kanton und der Leiste. Wie heißt? Meinst du? Bei mir sagen Auti. Wie? Auti. Auti? Auti. Auti. Ich weiß nicht mehr. Ich verstehe dich gerade so Scheiße. Ich verstehe euch beide nicht. Ich sage in dem Auto Auti. Auti? Auti. 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 Auti fressen. Wie? Nochmal? Wie nochmal? Auti. 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 So lässig, so geil. Boah. So cool. Ja. Aber weisst du was der Scheiße findet? Was? Dass wenn du eine Belohnung kriegst hier, dass die schon beschädigt ist. Dass du die gleich nochmal erbrinnen kannst. Hehehe. Ich brauche eine Auti. Eine Auti. Ja. In den Arsch. Ja. Boah. Wie blitzt du. Hehehe. Du hast auch schon gespritzt. Boah. Warte. 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 Schluck dir Scheiße ab du. Hehehe. 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 Schießen. Hehehe. Hehehe. Ja. Bleib sehen. Hast du den Revolver. Ja. Aber wir haben nur einen Schuss. Ja. Dann. Schie... Hehehe. 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 Glaub der Leben nur. Ich glaube der Leben nur. Hida. Ah. Da hab er GRU.. Ah die sind aufgestanden. Schlauug die Schädel ein doch! Bleib liegen! Schiessene Dreckszombies, blöde! Ja! Mike könnte einen Energy Twink gebrauchen! Ah, da ist er, ne? Ja, ich auch! Oh, ja! Seid ihr solche Noobs, ey! Ich hab mir ein bisschen lustig auch verloren! Ja! 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 So gut! Ja! 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 Mein Waffe ist kaputt! Braucht man immer! Braucht man immer! Ich hab keine Energie! Nö, aber den Zombies! Das war aber so schön! Denницу von Exalfüren! Das war aber so schön! Ja, aber das ist unfair, der kann ja Exalfüren! Doch! Du hast jetzt Zombies gefeiert oder was? So wie? Wonderful engine ring! Ich könnte an Deo anbieten Oh ja, kann man das auch sehen? Jetzt lasst's wie man aussieht! Schleicht's euch, ihr Schlampen, ey! Halt die Gache Ja, lach nicht so doof! Hau ab! Hau ab! Sonst kennt ihr mich immer ein, dass das nicht mehr rauskommt Oh ja, du bist ja auch ein Schweizer Aber zu 90% ist ja Nina schuld Ich weiss, Frauen sind ja nimmer schuld Ja ja Immer auf die Mädchen Nein, Nina In der Runde Immer auf die Mädchen Ja ja So ein Mädchen Aus dem Alter bist du schon lang raus Oh du Schlampen, du! Hast du gesehen, ey! Ich schlage jetzt den Schädel ein, da! Oh, oh, fetter Schlampen! Und das war ihr Zuhörter Im frühen Leben Kein einziges Auto hier zum Fahren Wir können eigentlich die Autos verschwinden Wenn wir sie doch geparkt haben Ja, das kann sein, ja Stürb, du Wichser! Oh, was war das jetzt? Geld Immer gut Geld ist gut in Apokalypse Wo Geld ganz viel wert ist Ja, das kann schon Das ist ein Messernerd Ja, aber Das ist eine Messernerd Ein Messernerd Das heißt, Abwechende Unfall Es ist nichts mehr Das ist ein Messernerd und tot nehmen wir mal das Messer an mich ja, relativ schnell hin ja, wenn man vom Kopf schlatt geht's schnell oh, wir sind fast tot ja, ein paar ja, ein paar ja, ein Molly Cocktail jetzt kannst du dich wieder aufhören, Dani okay? ouais Vielen Dank.